Alexander von Humboldt, ein deutscher Forscher, Wissenschaftler, Pionier. Seine Leidenschaft, die Welt zu vermessen. Geboren vor exakt 250 Jahren. Und wir. Eine Schulklasse des Collegio Fernandes Madrid im Zentrum von Quito, die Deutsch als Fremdsprache lernen. Am Ort, wo Humboldt zu seinen ersten Erforschungen in Südamerika kam. Ecuador. La mitad del mundo, die Mitte der Welt. Und ich, Magdalena Haftner, Theatermacherin und Pädagogin, mit dem Ziel, das Leben von Humboldt über das Medium des Theaters zu reflektieren und mit dem eigenen Leben der Jugendlichen zu verbinden. Und so startet das theaterpädagogische Projekt im Auftrag von Pasch und Goethe-Institut. Wir sind Humboldt, Abenteurerinnen von heute. In Kooperation mit der Kompanie wunderbar. Der erste Teil des Prozesses versetzte die Schüler und Schülerinnen in die Rolle des Publikums. Dafür bekamen sie Besuch. Die zwei Vermessungsexperten und Expertinnen der internationalen Humboldt-Gemeinschaft, Frau Hum und Herr Bolt, kamen zu Gast in ihre Klassenzimmer. Auf theatrale Weise erfuhren die Schüler und Schülerinnen die Lebensgeschichte Humboldts. Seine Träume und Erkenntnisse. Die Aktualität seiner Botschaft, dass alles miteinander verbunden ist, konnten sie persönlich erleben. Genauso wie die vielfältigen Möglichkeiten des Theaterspiels. Im zweiten Teil des Prozesses wurden die Schüler und Schülerinnen selbst zu Theatermachenden. Über mehrere Monate erarbeiteten wir in ihrer Klasse ein eigenes Theaterstück. Ich wollte wissen, was die Jugendlichen an der Geschichte Humboldts inspiriert. Womit sie sich identifizieren können und inwieweit es mit ihrem Leben zu tun hat. Kann ich, kann ich? Ja, du kannst! Kann ich, kann ich? Ja, du kannst! Kann ich, kann ich? Ja, du kannst! Dabei kamen sie sehr schnell zu der Erkenntnis, dass Humboldt trotz aller Herausforderungen seine Träume verfolgte. Sein Durchhaltevermögen motivierte sie, ihre eigenen Träume zu verwirklichen und keine Angst vor dem Unbekannten zu haben. Wichtig war, einen persönlichen Bezug zu Humboldts Leben zu finden, um mit ihrem Dasein in Verbindung zu bringen. Wie sah also sein Alltag aus? Was waren seine Herausforderungen? Und wovon hat er geträumt? Und als nächster Schritt, wie ist der Alltag der Jugendlichen? Wie sind ihre Routinen und Gewohnheiten und von welchem Abenteuer träumen sie? Darüber sollte also ein eigenes Stück über sie selbst als Hauptdarsteller und Hauptdarstellerinnen kreiert werden. Über vier Monate beschäftigten wir uns mit gruppendynamischer Improvisation, Imitation, assoziativer Arbeit, Schreibwerkstätten und szenischem Erzählen. Die Schüler und Schülerinnen erforschten Möglichkeiten über den Körper und reduzierter Sprache, ein Stück auf die Bühne zu bringen. Und das auf Deutsch. He perdido el miedo hacia tipo hablar y a actuar en público hablar, no tanto, pero actuar así, sí, porque si era como que no podía actuar en público, como que daba nervios, pero ahora sí, es man libre, sí. Es una manera nueva de vivir una vida, por ejemplo, nosotros tuvimos nuevas experiencias, solo estar aquí parados y decir, y decir frases en alemán. Es divertido, didáctico es una forma más chévere de aprender alemán. Unser Ziel war, dass die Jugendlichen über die Geschichte Humboldts ihre eigenen Talente und Fähigkeiten entdecken und ihnen vertrauen, sich den Herausforderungen der heutigen Zeit stellen. Genau, das eigene Leben und alles Neue, Unbekannte, wie zum Beispiel eben das Erlernen einer Fremdsprache wie Deutsch, als Abenteuer begreifen und ergreifen. Ganz im Sinne Humboldts, auf der Bühne und dann auch im Alltag. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. for having leak resse su Vielen Dank.